Bildung und Gesundheit – zwei entscheidende Märkte der Zukunft mit starkem Wettbewerb. Die SRH zählt hier zu den führenden Anbietern. Das spiegeln auch die Wirtschaftsdaten wieder. 2018 wurde erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erzielt. 500% Wachstum ist eine Nummer in einem so intensiven Bereich. Das Schöne ist, dass wir über alle Teilbereiche gewachsen sind. Mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten an 70 Standorten, in Kliniken, Bildungsunternehmen und Hochschulen. Das vergangene Jahr war geprägt durch die Überschrift, wir wollen uns in Qualität immer wieder steigern. Wir haben dazu Voraussetzungen geschaffen in allen drei Bereichen. Im Bereich Gesundheit konnten wir die Psychiatrie in Karlsbad Langensteinbach neu bauen, inzwischen einweihen. Das ist ein Meilenstein gewesen. Wir haben den Preis Genius Loki des Deutschen Stifterverbandes bekommen für unser didaktisches Konzept Core, das an allen Hochschulen eine maßgebliche Rolle spielt. Bemerkenswert im Hochschulbereich sind noch zwei Dinge. Das eine ist die Einrichtung der dritten Fakultät an der Epps-Universität, die sich mit der Weiterbildung nach dem Studium befasst. Aber wir konnten auch mit einem renommierenden Partner wie dem Spiegel zusammenarbeiten und sehr berufsbezogene Zertifikatsprogramme entwickeln. Als gemeinnütziges Stiftungsunternehmen investiert die SRH weiter in ihre Mitarbeiter und Angebote für Kunden. Qualität, die am Ende allen zugute kommt.